Hallo Leute, weiter geht's bei Cuphead! Im letzten Part haben wir das Spielchen von Mr. King Dice geschafft. Dachte ich mir. Aber mit einem ich sag mit einem Finger hat er mich dann gleich getötet. Ich dachte echt, das ist jetzt ein Level quasi gewesen. Das ist zu Ende, aber nein. Der Kampf startet erst, wenn wir dieses Horror-Dings geschafft haben hier. Oh, großer Gott. Nein! Oh, komm! Das, das, oh nein. Ich will nicht gegen die Gläser kämpfen, diesen Scheiße. Da ist zu viel, worauf ich mich konzentrieren muss. Ja! Komm schon. Na, na, ich... Nee! Da ist eindeutig zu viel Scheiße hier. Ja, sobald der Erste weg ist, geht's. Weil Nummer 2 macht gar nichts. So kann ich mich auf Nummer 3 konzentrieren. Komm schon. So können wir immerhin sagen, wir haben diesen Boss auch einmal besiegt. Jetzt hab ich allerdings nur noch ein HP. Na komm, mir reicht es, wenn ich jeden Boss einfach nur einmal besiegt habe. Okay? Sollen wir Nummer 2 auch gleich... Ja, nee, bei Nummer 3 werde ich sterben. Fuck! Genau das, was ich nicht wollte. Dieser Scheißwürfel! Nee, reg mich ein bisschen auf. Nur ein bisschen. Ja, hier werde ich bestimmt einmal getroffen. Auf jeden Fall. Ja! Ja! Ich bin da immer unschlüssig bei diesem Schuss. Ich muss hier einen perfekten Durchgang schaffen. Ich muss alle extra Herzen mitnehmen, auf jeden Fall. Gib mir die 2. Danke. Ich muss mich mit diesen Bossen hier anfreunden, die mir ein Herz geben. Ansonsten wird das nix. Komm schon, du Typ. Bitte geh einfach kaputt, okay? Ha! So nicht! Ich hab's gesehen. Ich muss mich bei dem mehr konzentrieren, als das ich eigentlich möchte. Okay. Ich muss die alle besiegen können, ohne einmal getroffen zu werden. Nein! Und tot. Danke. Okay. So sollte man beginnen. Oder so möchte ich beginnen. Diesen Stapel Chips ohne Treffer besiegen und das extra Herz mitnehmen. So, dann hätte ich gerne die 2. Danke. Danke. Dann hätte ich gerne die 3. Danke. Unter Umständen kann ich es bis jetzt. Aber da oben werde ich dann nervös und dann habe ich ein Problem. Okay, jetzt warte hier. Jetzt ein bisschen doof, weil man nicht gut erkennen kann, was hier abgeht. Na, was war jetzt das? Da war irgendwo ein random Geist. Mit random Geister kann ich mich nicht so wirklich anfreunden. Nein, nicht so. Oh Gott. Stirb doch jetzt bitte. Danke. Den muss ich schnell besiegen. Ich habe irgendwas freigeschaltet. Ich weiß nicht was. Ich habe gerade egal. Okay, ich habe noch 4 HP. Dann will ich jetzt bitte 2 haben. Okay, Konzentration, Konzentration. 2. Yes. 5 HP. 5 HP, Leute. Das muss ich mitnehmen. Oh nein. Die kann ich doch nicht. Oh, das war ziemlich schlecht. Nein. Ja, hallo. Lass das jetzt mal. Wie komme ich da rüber? Gar nicht. Komm schon. Nein. Oh Gott. Die ist scheiße. Ist die. Okay. Toll. Da habe ich wieder nichts mehr. Stirb. Nein. Ich. Die ist zu groß. Die ist zu groß. Okay. Die will ich nicht bekämpfen. Nein. Die will ich nicht bekämpfen. Nummer 8 müssen wir in dem Fall auslassen. Oh nein. Oh nein. 2. Gut. Nummer 8 müssen wir auslassen. Jetzt ist die Frage 7 oder 9. Nee. Nummer 8 will ich auch nicht. Das ist diese scheiß Kugel. Ja, shit. Ich muss mir langsam überlegen, was ich machen möchte. Ich sollte mir einen Plan machen und das Ganze aufschreiben. Ich glaube, das wäre noch interessant. Oder wichtig. Wäre hier der Roundabout vielleicht was? Könnte ich mir gerade vorstellen. Jetzt kommt bestimmt die gemeine Phase, oder? Nein. War okay. Und K.U. Nicht? Doch. Okay. So weit, so gut. Das können wir. Okay, wir wollen es so machen. 2. 4. Nee. Wir wollen auf jeden Fall zuerst die Nummer 2 machen. Dann würde ich gerade wieder die Nummer 2 treffen. Danke. Da bin ich safe. Dann machen wir die Nummer 5. Der war ja auch einigermaßen akzeptabel. Gut. Das ist dieses Fluchding jetzt, ne? Ich hoffe, ja. Ist das immer random? Was? Ich habe doch geparriert. Was? Gott sei Gott. Okay. Geh, du verdammter Hase. Nein! Ich... Oh, hat doch vorhin funktioniert. Okay, so klappt's. Der wäre auch nicht schwer eigentlich. Ich kann hier durch, äh... Na, ihr wisst schon. Danke. Scheiß Hase. Geht auch theoretisch. Man muss sich einfach nur konzentrieren. Okay, da wollen wir jetzt eine 2 haben. Um safe zu sein. Danke. Und jetzt was machen wir? 7 oder 9? Shit, was war das jetzt davor? Wir nehmen... Wir nehmen... Wir versuchen die 9, glaube ich. Was war das? Komm schon. 9 sei gut. Habt ich das schon mal? Oh, wieder was Neues. No, no. Was? Geh weg! Ah, ich... Ach so! Oh Gott, ein Memory. Okay. Machen wir es, wie es sein sollte. MD. Das hatten wir doch da oben. War das jetzt Nummer 1 oder Nummer... Irgendwas. Ich glaube, das war das hier, ne? Ja, das MD. Zack. Jetzt kann ich ihn... Äh... Verletzen vermutlich, oder was? Nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Äh! Oh Gott, jetzt geht's weiter. Zwei Tasten, MD. Oh Gott, jetzt ist der schneller. Das waren andere Tasten, oder? Ne, das war das, okay. Shit, der wird immer schneller. Oh nein! Okay, den mag ich nicht. Nummer 9 möchte ich nicht haben, Leute. Nummer 9 möchte ich nicht machen. Das Seil verletzt mich nicht, das gut zu wissen. Großer Gott. Ist das da? Würfel. Da! Sehr gut. Was? Das war's nicht? MD, das war da. Na, was? Das waren doch die Würfel. Das sind aber nicht die richtigen. Da sind die Würfel. Das war das Erste, oder? Nein, das habe ich das Falsche. Nehme ich das hier. Shit, auch falsch. Okay, so... Nein! Nicht in die Ecke. Oh, f*** dich doch. Der hier, zack. Der dauert irgendwie extrem lange. Warum? Nein! Fuck you. 7, 8 oder 9 muss ich machen. Muss ich machen. Anders geht's nicht. Ja, seht ihr, der Scheiß ist immer anders verteilt. Oh, klasse. Oh, klasse. Das ist immer anders verteilt. Ich muss mir eine Liste machen, wo welcher Boss auftaucht. Und je nachdem, so arbeiten. Und nicht nur auf die Herzen achten. Ja, jetzt habe ich hier wieder diesen Scheiß-Gegner hier. Oh, ich... Ich nehme hier zu viel Damage. Was? Okay, bleib mir dabei. Ich will die Nummer 1 nicht machen. Ich will die Nummer 1 halt echt nicht machen. Fick! Ey, verdammter Sack, du. Nummer 2 ist okay. Nehmen wir. Wir versuchen es jetzt nochmal an diesem Part. Und dann, äh, lassen wir es gut sein. Wisst ihr, ich habe den Kampf noch nicht einmal wirklich beginnen können. Sobald der Kampf gestartet hat mit King Dice, da war ich tot. Ha. Ja. Konnte den Kampf noch nicht mal richtig starten. Das ist echt übel. Das ist echt übel hier. Das verdammt brutal. Diese Bosse hier alle am Stück durch, äh, durchmachen. Okay. Gut. Nicht auf die Herzen achten. Immer... Das war toll. Die Bosse machen, die ich kann. Auf den Rest könnt ihr bewusst verzichten. Jetzt stirbt. Hallo? Noch eine Runde? Danke. Ja, ich glaube, ich muss mir eine Liste machen, wo welcher Boss zu finden ist. Das muss sein. Okay, machen wir die 2, damit ich safe bin. Boing. Okay. Ja, da staunst du, was? Und jetzt die Nummer 3. Was ist Nummer 6 nochmal? Ich weiss es nicht. Wir sehen es ja gleich. Hatte ich den schon mal? Ja, bestimmt. Ah, das ist der. Alles klar. Den möchte ich wirklich möglichst schnell besiegen. Der nervt. Wenn ich oft... Oh Gott. Da war wieder ein Geist. Wenn ich immer parrien könnte, hätte ich immer wieder meinen Superangriff voll. Komm schon, ich hab dich jetzt damit so oft erwischt. Du musst doch gleich kaputt sein. Oh Gott, nicht da. Hä? Danke. Ah, da war gerade ein Geist. Ich weiss nicht, wann die Geister kommen. Okay, die Hälfte haben wir. Die Nummer 8 war ja eigentlich okay. Oder was meint ihr? Ja, wir versuchen die Nummer 8. Die Nummer 3. Stimmt, das 3, ja. So. Dieser Schuss hier. Verdammte Nummer 8. Wir müssen eigentlich nur 3 oder 4 Bosse machen, theoretisch. Die sind alle ziemlich leicht. Dieser Schuss hier. Konzentration. Am besten ganz viel davon. Jetzt weg. Nicht links und nicht rechts stehen. Konzentration. Mehr Konzentration. Mehr, bitte. Gut. Gut, 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 gut. Gut. Ja, immer hier so stehen. Sobald er schießt, ein bisschen Abstand gewinnen. Der hat möglichst viel Abstand von diesen Kreiden. Dann könnten wir es hinkriegen. Danke. Yes. 5 HP, Leute. 5. Jetzt darf ich es mit dem Würfel nicht verkacken. Und dieser Dice wird sicher abartig. Okay. Ich brauche eine 2. Ich brauche verdammt nochmal eine 2. 2. Jetzt nochmal die 2, bitte. Oh Gott. Die 2. Ich brauche die 2. 2. Okay, jetzt vorsichtig sein. Verdammt, was mache ich da? Was? Ich sterbe gleich. Lass mich in Ruhe. Wie soll ich das machen? Wie soll ich... Was zum verdammten? Leute, das war's für heute mit Cuphead. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss. Fuck. 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 Vielen Dank.